so tankred also dann beeilen wir uns bevor alfino und alizé sich hier noch zu todes spielen er hat sich in einem alten haus niedergelassen das einst einen weisen aus wo burt gehört haben soll das lebensgut der gelehrten wenn wir die straße in richtung norden folgen können wir es nicht verpassen wir sollten keine zeit verlieren sofort aufbrechen so tankred sind wir hier richtig hatte sich hier niedergelassen da werden wir mit einer zur zögerung aber immerhin das ist das haus in dem sich mit erlaubnis der pixies niedergelassen hat warum er wohl ausgerechnet diesen ort gewählt hat schätze die antwort was du gleich persönlich von ihm erhalten also gut rein in die gute stube hallo jemand zu hause eine heldin betritt die welt ohne helden der kristall exarch hatte euer kommen bereits angekündigt aber dass ihr so schnell hier sein würdet hatte ich nicht erwartet entschuldige dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen ich bin erleichtert dich so gesund und munter zu sehen also ich wäre jetzt überrascht wenn ich den trailer nicht gesehen hatte dass er jetzt ein astrologer ist aber der trailer hat halt ein bisschen zu viel gespottet an der stelle du gehst mal bitte kurz nach draußen aber ich möchte dass du meine erde auflädst wärst du so lieb wo sind die zwillinge hast du sie nicht getroffen die wir sind noch bei den pixies verstehe hoffentlich treiben es die pixies nicht zu wild mit alfino und alisee so beginnt also der kampf gegen die lichtbringer und unvermeidlich auch gegen jule moore ich habe auch ein paar dinge zu berichten ernste dinge im riss zwischen den dimensionen erhaschte ich einen blick auf die achte katastrophe es geschah als der kristall exarch mich hierher rief im riss wirft die zeit selbst falten und gewährt sicht auf dinge die noch nicht geschehen sind ich sah die allianz gegen das gallische kaiserreich kämpfen der bund stand an der seite der verbündeten heere wir kämpften verbissen und gewann langsam aber sicher die oberhand doch dann griffen die gale ja zu ihrer schrecklichsten waffe der schwarzen rose was danach geschah hatten selbst die gale ja nicht vorhergesehen das freigesetzte giftgas hatte eine verheerende wirkung es verbreitete sich nicht nur in eosea sondern fraß sich auch in die galleischen gebiete soldaten und abenteurer auf dem schlachtfeld familien in ihren häusern als die zahl der todesopfer stieg und stieg verfiel die welt mehr und mehr in elend und chaos der tod den die schwarze rose brachte legte sich schließlich wie ein düsterer schleier über die gesamte welt es gab kein entkommen wer nicht getötet wurde wurde selbst zum mörder es war ein elend das alle ergriff und das niemand gewollt hatte einmal entfesselt war die schwarze rose der funke der die ausgedörte steppe in brand steckte im nu wurde die welt von den flammen des krieges verschlungen regierungen und staaten zerfielen zu staub und mit ihnen jeglicher ordnung die mutigen und rechtschaffen kämpften bis zu allerletzt damit heilen kann annablieren die schwarze zusですね das sonst diese doch es war vergebens alles wurde von der waffe des todes dahin gerafft selbst du die schwarze rose war der auslöser für einen niemals enden wollen den krieg das ist die achte katastrophe die ich sah es liegt an uns diese tragödie zu verhindern zu diesem zweck habe ich all meine forschungen in dieser welt auf eine einzige frage konzentriert wie konnte die schwarze rose diese ungeahnte zerstörungskraft entfalten und endlich endlich verstand ich seht mal hier weißt du was das ist nicht wirklich doch ein diagramm der elemente richtig dieses diagramm zeigt die beziehungen zwischen den sechs elementen jeder äther forscher und magie gelehrte in der ursprungswelt hat sie verinnerlicht wie man sieht wird unsere welt nicht nur aus sechs elementen geformt sie hat auch zwei pole der pol des lichts der für die bewegung steht und der pol des schattens der den stillstand symbolisiert da die erste splitter welt aus demselben urgestirn entstand muss ihr gefüge dem unserer welt gleichen doch bei meinen forschungen fand ich keinen hinweis auf eine erwähnung der pole also fragte ich mich in welcher gestalt diese zwei kräfte hier wohl in erscheinung treten und dann offenbarte sich mir alles die kraft des lichtpols manifestiert sich in wachstum und bewegung wachstum führt zu enge bewegung zur überlagerung und so wie alle farben überlagert schwarz ergeben bezeichnet man diese kraft hier eben als dunkelheit die macht des schattenpols offenbart sich in stille stasis und stagnation ein zustand der auch als ein leeres von nichts getrübtes weiß beschrieben werden kann daher nennt man ihn hier das licht die aschiens nennen ihre kraft selbst die kraft der dunkelheit dann meinen sie das wahrscheinlich in einer alten ursprünglichen bedeutung wenn man die ereignisse in der ursprungswelt unter dieser annahme neu betrachtet ergeben sie jedenfalls sinn das licht oder besser gesagt die kraft des stillstands sickert bereits von der ersten splitter welt herüber und hat begonnen einen teil der äther ströme zum erliegen zu bringen das ist der grund für die unregelmäßigkeiten im umgebungs äther die ist toller und ich beobachtet haben außerdem wissen wir von alphino dass auch die schwarze rose auf diese weise wirkt sie bringt den austausch des körper äthers zum stillstand wenn man sich nun vorstellt dass sich die erste splitter welt die mit der kraft des stillstands geflutet ist mit der ursprungswelt vereint versinkt unsere heimat in einer neuen ära des schattens die achte katastrophe dank orangees leerstunde sind die hintergründe jetzt etwas klarer aber daran was wir zu tun haben hat sich nichts geändert wir müssen den lichtbringer von ilmec vernichten dann wären wir unserem ziel diese abscheuliche zukunft zu verhindern schon einen kleinen schritt näher hast du herausgefunden wo wir ihn finden ja in der mitte des sees steht schloss lieghia dort ist der lichtbringer eingesperrt die pixies haben das schloss mit einem siegel versehen wir werden ihre hilfe brauchen um hinein zu kommen und ich weiß auch schon wie wir sie dazu überreden können ich werde mich euch anschließen ich will alles tun um die schrecklichen ereignisse die sich mir im interdimensionalen riss offenbarten nie wieder sehen zu müssen so damit haben wir nun also ein bisschen mehr zu den hintergründen bekommen die dazu führen dass die achte katastrophe eintritt oder beziehungsweise wie wir es da verhindern können und wir haben als neues mitglied in unsere gruppe dazu bekommen und sie hat auch gleich die nächste fest für uns ein besonderes geschenk allerdings die gehen wir dann erst in der nächsten folge an bis dahin sage ich danke dass ihr zugeschaut habt das war jetzt eine besonders lange folge aber vielleicht hat es euch ja gefallen dann würde ich mich natürlich daumen nach oben freuen und wenn ihr die nächste folge nicht verpassen wollt dann auf den abo button drücken wir erst noch nicht getan und das glöckchen leuten damit der benachrichtigte wenn die nächste folge kommt so ich sage danke und wir sehen und spielen uns dann bis zum nächsten mal macht's gut und ciao